So, hallo liebe, liebe, liebe Fans, willkommen auf meinen Kanal. So, heute will ich ein Thema anfangen über mich, Leute. Viele wissen das und viele wissen das nicht, Leute. Ich bin geistig behindert, Leute. Und mir macht es richtig Spaß, Videos hochgeladen, Videos machen auf YouTube, hochladen. Hinter Live-Deal auf TikTok, Insta-Fotos hochladen, Leute. Und ich will auch Danke sagen, die 972 Ammonenten. Danke, Leute. Und wenig Leute gucken, viele Leute gucken meine Videos hin und tag an. Äh, äh, die gucken gerne meine Videos an. Die, weißt du, Leute, gucken gerne meine Videos an. Abends oder mit Nachmittag. Ja. Tippwäsche, die gucken mich nicht gerne an. Tippwäsche, die gucken mich gerne an. Äh, äh, ich mach mir richtig Spaß auf YouTube, äh, Videos hochgeladen. Dabei kommt auch, irgendwann, irgendwann kommt auch den ersten Live-Film auf YouTube, Leute. Das Spiel ist, äh, Spiel ist, äh, Fortnite oder Popsi oder Minecraft oder... Äh, 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 äh. Äh, äh, andere Spiele. Ja. Ich bin hinten Tag 16 Uhr live auf KickCock. Leute. Und da gucken immer mich immer nur irgendwas mit 30 und irgendwas mit 40 Leute, die gucken mich immer da an. Und die spenden mich immer was, mit Pandas, Kick-Koch-Seißen. Da sag ich immer voll Danke, Trüschel geht raus, Peace. Danke, danke, ihr misst abonniert und... misst ihr mich gern anguckt. Sagen wir mal Peace, oder dasin, haut rein, halt gesund, lasst uns nicht anstecken, oder dasin. Tschö, mit Ö.